Wir sind jetzt anzettet! Links! 20 Grad! Mehrere Ziele beim Bürogebäude! Angreif! Okay. Okay. Was ist das? Wie lange die da wohl dran gezummert haben, wa? Wir müssen aus der Todeszone, los, los! Zu dem Gebäude! Meldung 01, haben Kontakt mit deutschen Geistnusskommandanten verloren, wie ist der Status am Boden? Die Panzerkolonne ist ausgeschaltet, wir werden immer ran, Einsatzgebiet verloren! Nicht verstanden, 01, bitte wiederholen! Wir haben ein scheiß Gebäude einstauschen lassen! Wie gefällt eigentlich immer Berlin? Kann ich irgendwas anderes fallen mal? Immer sind wir Deutschen, die Sündenböcke, ey! Wir haben überall sprengt und vorbereitet, falls unsere Panzer so weit kommen! Was für eine Scheiße! Ihr bitte kann jeden Moment über uns einbrechen! In Bewegung bleiben! Das war mein Mittel! Oh! Boah! Alter! Ich bin auf dem Weg! 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 Oberloge! Wir sind am Zielgebäude! Schau greifen von der Kleinen! Sie bringen sich die Evakuierung in den zweiten Stock! Es bleibt keine Zeit mehr! Wir verlieren Sie! Los, los! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Geht das nicht schneller? Durch Grinch. Hast die Gewehre bereit. Okay, mit Schalldämpfung. Jetzt sind gerade eh direkt die Stürme raus. Wir haben nur noch ein leichtes Gerät, der mit denen wir unten gucken können. oh oh Warte weg. Hin und her. Was ist denn los mit mir? Oh, Alter! Wir schlafen ruhig und da taupfige Männer in der Nachtwaffe schieben. Oh, Alter! Das ist viel zu schnell! Liegt mein PC zu schnell oder was? Oh, es ist hier drin so warm. Oh! mein Pilz von sich richtig hat um zu Pienzen so mit Schilder oh Was ist das? Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, hier so eckige Sachen ist natürlich schon ein bisschen grafisch. Ja, da geht doch gleich in der Mitte die App wieder, oder? Ich weiß nicht, was mit den Frames heute los ist. Ja, das war's für heute. Das war's für heute. Ja, da geht's. Ich überlege dann ja auch manchmal ganz gerne, ne? Was würde ich jetzt in echtem Leben tun? In echtem Leben wäre ich damit hier jetzt durch die Gegend gekurvt. Ja, das war's für heute. 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 Ja, da war's für heute. Ja, da war's für heute. Ja, da war's für heute. Aber so im großen Ganzen sieht das nicht okay aus. Oder ist das herrige Dosen? Also ohne? Nein. Nein.